Bei einigen Testobjekten wird die Funktionalität durch Anwendungsfälle dokumentiert, welche über Anwendungsfall basierte Tests geprüft werden können. Ein Anwendungsfall beschreibt ein aus Sicht des Anwenders oder Kunden das gewünschte und wahrnehmbare Ergebnis in der Aktion zwischen dem System und seinen Akteuren, z.B. zwischen Anwender und Drittsysteme und wird typischerweise durch UML-Use-Case-Diagramme wie links auf der Folie zu sehen sowie in textuellen Spezifikationen beschrieben. Hierzu ein Testbeispiel für den Anwendungsfall als Kunde anmelden von dem zuvor gezeigten UML-Diagramm. Auf der linken Seite befinden sich die allgemeinen Beschreibungen und Bezüge wie ID, Autor, Quellen, Kurzbeschreibung und Akteure zu diesem Anwendungsfall. Auf der rechten Seite befinden sich die prozessspezifischen Informationen wie Auslöser, Vor- und Nachbedingungen sowie das grundlegende, alternative und außergewöhnliche Verhalten. Anwendungsfallbasierte Tests leiten ihre Testfälle aus UML-Use-Case-Spezifikationen mit ihren Vor- und Nachbedingungen, Ereignissen sowie den Haupt-, Alternativ- und Fehlerszenarien ab. Oft wird aber vergessen, dass auch wichtige Informationen zur Integration des Systems im UML-Use-Case-Diagramm bzw. bezüglich der Schnittstellen zu Drittsystemen dokumentiert sind. Es lassen sich also Testfälle für fünf verschiedene Szenarien ableiten. Für das gewöhnliche Systemverhalten, für jedes alternative Systemverhalten, für jedes außergewöhnliche Systemverhalten, für jede Schnittstelle zu Drittsystemen und für jede Schnittstelle zu den Anwendern. Mit dem Anwendungsfallbasierten Test können abstrakte Testfälle gebildet werden. Durch die Kombination mit der Äquivalenzklassenbildung und Grenzwertanalyse lassen sich daraus konkrete Testfälle bilden. Typische Endekriterien sind festgelegte Überdeckungen zu Szenarien und Schnittstellen. Das Verfahren eignet sich besonders, um typische Benutzersysteminteraktionen zu prüfen, insbesondere im System- und Abnahmetest.